Hey, schön euch zu sehen. Ich bin Kassandra und in diesem ersten Teil zu Unterrichtskonzepten geht es nach einem kurzen Überblick um den geschlossenen Sportunterricht. Kommt mal mit! Hallo und herzlich willkommen zu Sportdidaktik einfach erklärt. Das ist Frau Fischer. Frau Fischer ist Lehrerin an einer Grundschule und vertieft auf einer Fortbildung für fachfremde Sportlehrkräfte ihr Wissen zum offenen und geschlossenen Unterricht. Der Leiter der Fortbildung ist Professor Neuber. Er hat gerade begonnen. Unterrichtskonzepte bezeichnen nach Jank und Meier Gesamtorientierungen didaktisch-methodischen Handelns, in denen ein begründeter Zusammenhang von Ziel-, Inhalts- und Methodenentscheidungen hergestellt wird. Der Zusammenhang von Ziel-, Inhalts- und Methodenentscheidungen wird auch als Interdependenz bezeichnet. Unterrichtskonzepte definieren also grundlegende Prinzipien des Unterrichts und geben in der Regel auch konkrete Hinweise zur Gestaltung. Zum Beispiel, welche methodischen Verfahren und methodischen Maßnahmen sich bei einem entsprechenden Unterrichtskonzept anbieten. Analog zur Allgemeindidaktik unterscheiden wir in der Sportdidaktik zwei grundsätzliche Unterrichtskonzepte. Den geschlossenen Sportunterricht und den offenen bzw. geöffneten Sportunterricht. Der geschlossene Unterricht ist lehrerzentriert. Die Lehrkraft bestimmt das Geschehen sowohl in der Planungsphase als auch während der Durchführung und Auswertung des Unterrichts. Sie entscheidet über die Ziele, legt die Inhalte und Methoden fest, sorgt für den planmäßigen Ablauf des Unterrichts und kontrolliert selbst die Ergebnisse. Beim geschlossenen Unterricht hält die Lehrkraft bildlich gesprochen alle Fäden in der Hand. Im anderen Extrem ist ein offener Unterricht schülerzentriert und geht von den Lernenden aus. Beim offenen Unterricht im engeren Sinn liegt das Entscheidungsmonopol bei den Lernenden. Einige Autorinnen und Autoren, unter anderem Falko Peschel, bezeichnen die Umsetzung des offenen Unterrichts an Regelschulen allerdings eher als geöffneten Unterricht, da dieser nicht vollständig den Kriterien an einen offenen Unterricht genügt. Die Lernenden sind in der klassischen Schule an der Planung, Durchführung und Auswertung des Unterrichts nur in einem von der Lehrkraft bestimmten Maße beteiligt. Die Lehrkräfte legen in der Regel die Lernziele, Inhalte und Methoden fest. Bei der Durchführung und eventuell auch bei der Auswertung des Unterrichts agieren die Lernenden jedoch selbstständiger und ihnen wird ein bestimmter Grad an Autonomie zugesprochen. Die Lehrkraft gibt bei einem geöffneten Unterricht also einen Rahmen vor und nimmt dann eine lernbegleitende Rolle ein. Anders ausgedrückt meint ein geöffneter Unterricht, dass Lehrkräfte ihren Unterricht leiten, dass sich die Schülerinnen und Schüler zugleich aber mehr oder weniger selbstständig mit dem Gegenstand des Unterrichts auseinandersetzen sollen. Können Sie diese beiden Unterrichtskonzepte etwas konkreter ausführen? Gerne. Lassen Sie uns doch mit dem geschlossenen Unterricht beginnen. In einem geschlossenen Unterricht erfolgt eine Orientierung an einer bestimmten Sache bzw. einem Produkt. Allgemein gesprochen können wir als angestrebtes Ziel für den Sportunterricht die Erschließung der Sachlogik des Sports formulieren. Dabei geht es also meist um sportmotorische Fähigkeiten und Fertigkeiten, die in der Regel unter der Perspektive eines engen Leistungsverständnisses im Sinne von höher, schneller, weiter thematisiert werden. Beispielsweise das Erlernen des Dribblings oder Korblegers beim Basketball. In einem geschlossenen Sportunterricht stehen als Inhalte demnach normierte Sportarten mit ihren technischen und taktischen Aspekten im Vordergrund. Wir sprechen auch vom Sport im engeren Sinn. Ein geschlossenes Unterrichtskonzept impliziert ein objektorientiertes Methodenverständnis. Objektorientierte Methodenverständnisse gehen wie eben dargelegt vom mehr oder weniger normierten Sport aus und zielen auf eine möglichst reibungslose Vermittlung von sportspezifischen Handlungsmustern. Da die zu erreichenden Ergebnisse im Voraus feststehen und die Durchführung sich vorrangig an den angestrebten Ergebnissen orientiert, sind geschlossene Unterrichtskonzepte methodisch tendenziell eher deduktiv ausgerichtet. Deduktive Verfahren greifen ausgehend von einer definierten Zielübung, die beschrieben und vorgemacht wird, auf eine eindeutige Bewegungsanweisung zurück, auf deren Grundlage die Zielübung korrigiert, geübt und angewendet wird. Streng genommen existiert für die Lernenden somit nur eine Lösungsmöglichkeit, und zwar das angestrebte idealtypische Sollbild, zum Beispiel beim Dribbling. Ein geschlossenes Unterrichtskonzept impliziert daher ein deduktives Verfahren, bei dem die Sportlehrkraft als zentrale methodische Maßnahmen unter anderem Beschreibungen, Demonstrationen, Bewegungsanweisungen und Korrekturen einsetzt. Ein deduktives Verfahren ist demnach ein methodisches Verfahren, welches bestimmte methodische Maßnahmen und methodische Prinzipien nach dem übergeordneten Gesichtspunkt eines geschlossenen Unterrichtskonzepts bündelt. Verstehe ich Sie richtig, dass so etwas wie ein idealtypisches Vorgehen bei einem geschlossenen Unterricht existiert? Ja, durchaus. Das klassische Vorgehen bei einem geschlossenen Sportunterricht bzw. einem objektorientierten Methodenverständnis sieht folgendermaßen aus. Die Lehrkraft macht selbst eine Zielübung vor oder zeigt sie unter anderem mithilfe von digitalen Medien, zum Beispiel die idealtypische Technik des Dribblings beim Basketball. Es wird also zunächst ein sogenanntes Sollbild vorgestellt, was die einzige Lösungsmöglichkeit darstellt, auch wenn individuelle Feinheiten dabei toleriert werden sollten. Anschließend wird die Zielübung beschrieben und eventuell erklärt, wobei das Vormachen und Beschreiben oftmals auch gleichzeitig erfolgen. Daraufhin folgt eine Bewegungsanweisung. Die Bewegungsanweisung könnte folgendermaßen lauten. Schaut euch die Bewegungen des Dribblings genau an. Achtet dabei auf die Haltung aller einzelnen Körperteile. Macht die Bewegungen nach der Demonstration nach. Alternativ könnt ihr die Bewegungsanweisung, die genaue Bewegungsbeschreibung, mit den zentralen Technikmerkmalen enthalten, wie zum Beispiel haltet eure Knie leicht gebeugt und richtet euer Gesäß leicht nach hinten aus. Stellt die Füße etwas weiter als schulterbreit. Drückt den Ball mit eurer Dribbelhand, kontrolliert leicht nach vorne unten. Streckt dabei euren Arm nach unten und am Ende der Streckung des Armes klappt ihr euer Handgelenk aktiv nach unten. Oberarm und Ellenbogen befinden sich immer nah am Körper und so weiter. Nach der Bewegungsanweisung beginnt der Prozess des Nachahmens und Übens von den Lernenden. Hierbei sollten Bewegungshilfen angeboten werden, zum Beispiel durch Differenzierungsmaßnahmen. Die Lehrkraft beobachtet den Lernprozess und gibt unter Umständen individuell eine Bewegungskorrektur oder, wenn Fehler häufig von mehreren erfolgen, Korrekturhinweise für die ganze Klasse. Die Lernenden üben und versuchen die normierten Bewegungen variabel in verschiedenen Situationen umzusetzen. Auf diese Weise versucht die Lehrkraft, die angestrebten bewegungsfeldspezifischen Kompetenzen bei den Heranwachsenden zu erreichen. In der Konsequenz ist die Sportlehrkraft bei diesem Verfahren des Unterrichtens ständig in Aktion und die Lernenden konzentrieren sich auf das Üben in variablen Situationen und Umsetzen der Korrekturhilfen. An diesem Vorgehen wird ersichtlich, wie sehr zum Beispiel bestimmte methodische Maßnahmen in einem Zusammenhang mit einem Unterrichtskonzept stehen. In einem geschlossenen Unterricht bieten sich zum Beispiel klare Bewegungsanweisungen an, die streng genommen nur eine Lösungsmöglichkeit erlauben, nämlich die des Sollbilds. Bewegungsanregungen, die unendlich viele Lösungsmöglichkeiten erlauben, sind in einem geschlossenen Unterricht unangemessen. Ebenso können wir erkennen, warum das geschlossene Unterrichtskonzept als ein lehrerzentriertes Konzept bezeichnet wird. Die Aktionen des Lehrenden sind grün hervorgehoben, weil dadurch auch optisch zu sehen ist, dass die Lehrkraft in jeder Phase ausgesprochen dominant ist. Danke, nun verstehe ich, warum das geschlossene Unterrichtskonzept LehrerInnen zentriert ist. Ich verstehe auch etwas besser, was Sie eingangs mit begründetem Zusammenhang von Ziel-, Inhalts- und Methodenentscheidungen meinten. Damit sprechen Sie fachdidaktische Konzepte mit großer Reichweite an. Schauen wir uns doch den Anwendungsbereich von einem geschlossenen Unterricht an. Ein geschlossenes Unterrichtskonzept bzw. objektorientiertes Methodenverständnis finden wir zum Beispiel beim Sportartenprogramm nach Sollwieder. Ziel und Inhalt orientieren sich stark an der Sache Sport in seiner normierten Form und als methodische Maßnahmen werden unter anderem Bewegungsanweisungen und Korrekturen favorisiert. Sportarten können aber auch offener gestaltet werden, indem die Lernenden das Sollbild mittels Bewegungsaufgaben selbst entwickeln und sogar die Leistungsbeurteilung anhand von erstellten Kriterien zusammen mit der Lehrkraft vornehmen können. Das entspräche dann aber eher einem integrativen Methodenverständnis. Dazu später mehr. Sehr gerne. Was ich mich aber gerade frage ist, inwieweit es mir als Lehrkraft gelingen kann, immer und überall die Fäden in der Hand zu halten. Das scheint mir insbesondere als fachfremde Sportlehrkraft unmöglich. Sie haben recht. Das ist praktisch unmöglich. Selbst ausgebildete Sportlehrkräfte können nicht jede Sportart selbst beherrschen und vermitteln, gerade bei der immensen Ausdifferenzierung der Bewegungs-, Spiel- und Sportlandschaften. Doch es ist nicht nur unstrittig, dass die Lehrkraft nicht immer alles im Griff haben kann. Es stellt sich auch die Frage, in welchem Maße diese stark dominante Rolle angestrebt werden soll. Dies wird offensichtlicher, wenn wir uns die Vor- und Nachteile eines geschlossenen Unterrichtskonzepts anschauen. Zunächst einmal können wir die Argumente für einen geschlossenen Unterricht betrachten. Auf den ersten Blick wird eine einfache und klare Vorstellung von Unterricht transportiert. Zudem kann die Planung, Durchführung und Auswertung unter Rückgriff auf theoretisches Wissen und Erfahrungen gründlich und kleinschrittig erfolgen. Dies kann der Lehrkraft eine gewisse Sicherheit geben. Ein deduktives Verfahren kann relativ schnell zum Ziel führen, wenn Standardlösungen wie vermeintliche Idealtechniken erreicht werden sollen. In erster Linie ist der Einsatzbereich damit auf die Vermittlung und Verbesserung sportmotorischer Kompetenzen beschränkt. Hier kann ein geschlossener Unterricht angebracht sein. Ein geschlossenes Unterrichtskonzept ist immer auch dann angebracht, wenn die Sicherheit gefährdet ist bzw. gewährleistet werden muss. Es existieren aber genauso Argumente gegen einen geschlossenen Unterricht. Die Planung und Durchführung eines geschlossenen Unterrichts können dazu führen, dass Lehrkräfte, insbesondere Unerfahrene, relativ starr an ihrem Plan hängen und nicht mehr flexibel auf die Situationen im Unterricht reagieren. Wir dürfen nicht außer Acht lassen, dass Lehrkräfte durchaus viel im Vorfeld planen können, aber die konkreten Voraussetzungen und die notwendigen Differenzierungsmaßnahmen werden nicht selten in der konkreten Unterrichtssituation sichtbar. Und dann ist ein flexibles und situationsangemessenes Agieren notwendig. Zudem erfolgt die Orientierung vordergründig an dem Wettkampfsystem Sport und damit an der Sachlogik des normierten Sports. Dadurch fehlt die Subjektorientierung bzw. eine Erziehung durch Sport. Sie erinnern sich, die subjektorientierte Seite des Doppelauftrags? Mithilfe dieses Unterrichtskonzeptes können damit kaum überfachliche bzw. bewegungsfeldübergreifende Kompetenzen angestrebt werden. Durch die starke Lehrerzentrierung kann es zudem zur Gängelung der Heranwachsenden kommen. Ich denke, das geschlossene Unterrichtskonzept habe ich jetzt verstanden. Super, dann lassen Sie uns doch, bevor wir gleich auf den geöffneten Unterricht eingehen, zur Anwendung des bisher Besprochenen kommen. Nun seid ihr an der Reihe. Stellt euch vor, ihr thematisiert in einer Sportstunde mit einer siebten Klasse zur pädagogischen Perspektive Leistung eine Einführung in den Korbleger beim Basketball. Das Stundenziel lautet, die Schülerinnen und Schüler üben den Korbleger rechts und links an verschiedenen Stationen und zeigen mindestens einen Korbleger von einer Seite in der Grubform. Deine Aufgabe ist es zu dieser Unterrichtseinheit bzw. Zielsetzung, nach dem objektorientierten Methodenverständnis ein idealtypisches Vorgehen zu skizzieren. Konkretisiere in einer Tabelle für eine Station deiner Wahl deinen Medieneinsatz, deine methodischen Maßnahmen, auch Aktionsformen genannt, sowie mögliche Differenzierungsformen und Bewegungskorrekturen. Recherchiere bei Bedarf eine angemessene Übung zum Korbleger. Viel Freude und Erfolg! Recherchiere bei Bedarf eine angemessene Übung zum Korbleger.